was für einen tag hallo hat na du hast mich doch mal an deinen äutern wie lucia ist beschäftigt warum ist lucia beschäftigt womit denn wir müssen dir nachher hier müssen wir gleich im futter hier nachreichen hier ist noch genügend futter sonst sonst ist hier genügend zufrieden so wir haben gar kein hühner futter ich bringe hühner futter nachher mit fest versprochen so die natürlich fertig sind die brauchen nicht mehr die werden natürlich nicht gewässert ist ja klar ich mache hier nachher diesen kartoffel fällt raus ja gut was soll es auch sonst machen hier wenn du auf deine ernte wartest so ach guck mal hier muss nicht gegossen werden wir gießen es trotzdem so zwiebeln habe ich wieder vergessen wie die wachsen dann haben wir wieder die die das ist die goldene rübe haben wir denn schon eine goldene rübe goldene zwiebeln wir haben noch keine goldene rübe kohl brauchen wir glaube ich nicht mehr goldene zwiebeln haben wir schon goldene zwiebeln so nein zwiebeln heulen wächst innerhalb von vier tagen zu allen jahreszeiten ok können wir eigentlich auch durch ballern mache ich jetzt mal so kommen wir mal direkt wässern das vergesse ich das gleich wieder so zack 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 und jetzt kommen die rüben ne rote beete ist das ne rüben habe ich denn rüben schon hier rüben rüben kohlsamen dann würde ich gerne mal eben ein paar rüben wenigstens äh dass wir so ein paar davon da haben als samen wächst innerhalb von fünf tagen im frühling herbst und winter frühling herbst und winter weiß ich jetzt gar nicht wo das war vielleicht sollte ich so einen frühling sommer winter weiße so kartoffeln da brauchen wir einige von doch rüben sind rote beete samen ok so auch rein wir wollen ja ein bisschen hier was schaffen dann können wir chips raus machen da kann man ach da kann man so viel raus machen chips pommes später mal vielleicht weiß doch nicht wir können ja so ein bisschen kann man ja machen ein mysterium die pommes sind zurück er hat gesagt du sollst aufhören ich wollte doch nur schon mal die sachen da alle runter holen das ist ja nix verbotendes oder hier noch mal eben hier nachfüllen ich kenne noch mein glück gleich wieder alles voll leer voll leer und dann haben hat so liebe freunde ach so warte mal das haben wir jetzt gerade aktuellen des bauholz forsten bauholz ja setzlinge müssen wir mal später irgendwann bauen bauholz ok sortiert nach holz erst mal zehnmal brauner holz block da fünfmal bauholz zwei mal kleber zwei mal billiger lack das heißt wir müssen noch bauholz warum habe ich das jetzt eigentlich nicht als favorit gespeichert weil ich dämlich bin man ich könnte eigentlich könnte ich doch mal eben hier so warte mal nach holz nach holz äh hm 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 fangküsse fass ach ne guck mal wir können leichter holzplanken block könnten wir auch bauen das reicht ja eigentlich ne viermal ein bauholz und zweimal kleber so ähm ähm nein so hab ich jetzt eingefangen sterngelee ah ok könnte ja von vorteil werden irgendwann ja gut wir brauchen einfach bauholz da geht halt kein wie ich dran vorbei ne wir müssen ja leider hier so ein bisschen äh platz schaffen ne für die ganzen schönen dinge die wir da äh äh errichten für die ganzen bewohner hier ah die ist tatan ach so das ist er wiederum äh auch nicht dann aber ich glaube das reicht ja jetzt auch über der buch oder gemacht haben fast schon wieder haben es ist es ist ja dass es geht alles einfach viel zu schnell vorbei das ist ja meistens das problem kleber billiger lack auch viel brauchen pleite allein durch dorfbewohner bauholz darauf gesetzt kaffee trinken so damit da mal irgendwo auch ne reinkommt hier mal passiert ist ja alles aus wie eine baustelle hier ist ja auch eine baustelle so jetzt mal gleich wieder ab es wächst und wächst und wächst das wächst und wächst und wächst es wächst und wächst und wächst und wächst. So. Jetzt wird die Kosten vielleicht irgendwie wieder reinkriegen, weißt du? La 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 Hupser! Mit der Option nachher übrigens einer zweiten Etage Weil ich aus Staffel 1 noch weiß, dass es echt viele, viele Sachen gibt, die man finden kann Ich weiß jetzt gar nicht ist das echt jetzt? Ich brauche eine zweifache Tür Nein! Mann! Dachbeliebende Blöcke fehlt Das ist beliebig, oder was? Ich meine, wenn es beliebig ist, ist es ja eigentlich relativ gut, ne? So, jetzt haben wir wieder gar nichts Aber ich komme durch Eine Tür werden wir wahrscheinlich auch brauchen, ne? Ich muss ja irgendwie die Kohle wieder ein bisschen zurückergattern Nein! Andere Richtung, Mann! Ja, ich weiß, die Sachen müssten eigentlich gar nicht so groß Die müssen nur in diesem Rahmen sein, damit es mitgezählt wird Aber aus Erfahrung heraus weiß ich, dass man die braucht Kleber Ich brauche viel mehr Das würde nie reichen Niemals Eieieiei Naja gut, ich muss jetzt eh gleich erstmal weiter aufräumen hier Kann ich die Folgen schön brauche rendern Das ist das gehört Rendern in anderen Ländern So Nein! Mann! Macht der denn sowas? Hm Ich muss mal gleich gucken bei mir, ob man da noch irgendwie Rohholzer oder Bauholz haben Hopp Nein! Was ja dann ideal wäre, wenn man sowas noch hat Aber nischt mehr, so Ja Ja, wir müssen auf jeden Fall, ähm, auch Essen nachher mal gleich kochen oder so Damit war nicht ganz, ähm Das sind Eicheln Da haben wir noch Rohholz Aber es ist nicht viel Rohholz Hm Ja gut, ein bisschen ist es So, was könnten wir denn noch kochen? Chips, gehackte Kartoffeln und Salz Ich glaube, das machen wir auch Wir haben noch sechs Salz Ähm Braten, gehackte Braten muss man hier Auch ein Brater Können wir mal jetzt wieder abstellen Hä? 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 Schneiden Kannst du damit nichts anfangen? Wieso kann ich mit goldenen Kartoffeln nichts anfangen? Wird das Essen dann nicht besser? Ja Ich dachte immer, das Essen wird dann besser Kann man nämlich direkt Chips auch verkaufen Ich hab nicht gedacht, dann wird das Essen noch besser Hm Schade Ähm Gehackte Kartoffeln genau hierhin So So, dann haben wir erstmal ein bisschen was Und dann können wir jetzt eigentlich gleich pennen gehen Die Kartoffeln kann ich doch schon mal verkaufen Dann haben wir wieder ein bisschen Kohle Ich meine, wir haben noch ein bisschen was Aber, ja, wie schnell ist diese Kohle weg? Ich hab euch ja nicht erzählt Sag mal Was machst du denn damit? So, 860 Sauber So, liebe Freunde So, wir fangen die alle mal ein hier direkt Dann hat sich das nämlich dann auch Erlebe ich das Thema Ja, die sind überall Gut, Freunde Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Und wie gesagt Vielleicht schaffe ich nachher nochmal so ein paar Folgen Aufzunehmen Und dann schauen wir mal Ciao Mit V Wie gesagt